Hallo zusammen, in diesem Video nehme ich euch mit auf einen Business-Trip, zuerst nach Kiel und dann weiter nach Göteborg. Mein Mann und ich nehmen nämlich im Rahmen unserer Tätigkeit als mobile und online Reisevermittler an der Touristik Affair statt. Das ist eine Reisemesse, quasi eine Veranstaltung, wo zuerst in Kiel im Terminal von Stena Line eine Messe stattfindet, mit Vorträgen, mit Ständen von verschiedenen Veranstaltern, mit der Möglichkeit, sich auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Ja, und dann am Nachmittag ist dann diese Veranstaltung quasi dort im Terminal zu Ende und dann geht es gemeinsam mit allen Teilnehmern quasi und den ganzen Veranstaltern auf die Stena Germanica und mit der fahren wir dann nach Göteborg. Aber heute geht es für uns erstmal schon nach Kiel, einfach, dass wir einen Tag früher anreisen. Heute Abend ist auch noch eine Vorabveranstaltung, so ein Social Evening nennt sich das Ganze, wo man sich schon mal so ein bisschen kennenlernen kann, zumindest die Leute, die schon einen Tag vorher anreisen. Ja, und ansonsten wollen wir uns auch noch ein bisschen was in Kiel anschauen, ein bisschen auf dem Hafen rumlaufen und so weiter und so fort. Aber das seht ihr dann gleich alles selber, was wir heute so am Tag machen und natürlich auch dann morgen und die Überfahrt nach Göteborg. Und auch in Göteborg werde ich natürlich entsprechend filmen. Das ist das ist das ist das, was wir heute so am Tag machen und das ist das, was wir heute so am Tag machen. Guten Morgen aus Kiel, ihr habt ja gesehen, gestern haben wir hier einen ganz schönen Tag verbracht mit Auslaufen der AIDA, abends dann ja diesen Social Evening quasi als Auftakt und jetzt sind wir soweit relativ fertig, haben jetzt alles wieder hier zusammengepackt im Hotel und werden uns dann gleich Richtung Hafen aufmachen, wo dann nachher auch ja quasi die Messe dort im Terminal stattfindet mit Vorträgen, mit Austausch halt mit den Veranstaltern, bevor es dann ja späten Nachmittag dann auf Schiff geht und dann Richtung Göteborg. Und dann geht's, wie wir jetzt hier. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Guten Morgen von irgendwo zwischen Kiel und Göteburg. Ja, ihr habt ja gesehen, wir hatten gestern Abend noch einen lustigen Abend. Essen war sehr, sehr gut. Der ganze Tag über war sehr informativ. Hat Spaß gemacht. Wir hatten guten Austausch. Und eben, ja, Arbeit mit Spaß verbunden. Jetzt geht es gleich zum Frühstück und gegen irgendwo 9.15 Uhr werden wir dann in Göteburg sein. Und wir machen heute einen Ausflug mit. Also es konnte gestern jeder einen Ausflug wählen. Da waren verschiedene Ausflüge. der sich sowas nennt wie, wie war das noch, Algenkulinarik trifft auf Scherenzauber. Ja, und wir sind ganz gespannt. Jetzt genießen wir uns schon ein bisschen hier an Deck. Das Wetter, es ist echt relativ mild. Klar, eine Jacke braucht man, aber es ist schön. Gegenüber auf der Seite kann ich schon sehen, geht jetzt langsam die Sonne auf. Ja, und dann gucken wir mal, was der Tag bringt und euch nämlich natürlich mit. Ja, und dann gucken wir mal, was der Tag bringt. Ja, und dann gucken wir mal, was der Tag bringt. Ja, und dann gucken wir mal, was der Tag bringt. Ja, und dann gucken wir mal, was der Tag bringt. Ja, und dann gucken wir mal, was der Tag bringt. Ja, und dann gucken wir mal. Ja, und dann gucken wir mal, was der Tag denkt. Ja, und dann gucken wir mal. Ja, und dann gucke Words. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Guten Morgen von, ja, gleich wieder in Kiel Wir sind jetzt gerade mehr oder weniger beim Einlaufen Ist noch ein kleines Stück Ja, und unser Trip geht dann heute auch zu Ende Ihr habt ja gestern dann, oder in den Bildern von gestern gesehen, wir hatten einen mega schönen Tag in Göteborg Richtig coolen Auszug gehabt, sehr informativ, sehr, ja, besonders wie wir fanden Und mit vielen Eindrücken, vielen neuen Informationen fahren wir jetzt dann nachher leider schon wieder nach Hause Aber bei uns ist irgendwie nach dem Business Trip, vor dem Business Trip, weil im Oktober geht es für uns nochmal nach Nizza Da werde ich sicher auch nochmal wieder Videos machen Aber jetzt, ja, werden wir hier noch die Einfahrt genießen Ein bisschen das wunderschöne Wetter immer noch Ja, und dann geht es für uns von Bord Ja, und dann geht es für uns auch gut Und dann geht es für uns einfach